Ja, liebe Leute, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft und deswegen gehen wir es an. Heute auch mit hoffentlich besserem Ton. Ich habe mir das Zoom H1 wieder eingesteckt. Vorsicht, Schleichwerbung. Ja, es geht hier um die Triumph Street Triple Baujahr 2009. Ich habe ja jetzt schon Vorderfelge und Hinterfelge gemacht, inklusive Reifen wechseln. Dazu seht ihr das Max 2H in einem anderen Video. Jetzt geht es weiter. Sitz ab, Batterie raus, Tank ab, Luftfilterkasten ab, Ventilspiel messen, Zündkünzen tauschen und Luftfilter tauschen. Ja, und damit ihr dann so einen Überblick auch über das Bike bekommt, mache ich mal so Step by Step. Das heißt, guckt das eine Video, kommt ihr auch automatisch zu dem anderen Video. Das heißt, wenn ihr an die Ventile wollt, müsst ihr natürlich Sitz ab, Tank ab, Airbox ab und dann habt ihr am Ende so eine ganze Videoreihe. So viel zur Erklärung und im Prinzip fangen wir jetzt auch gleich schon an. Zur Erklärung, hier vorne kommt die Luft hinein. Das sind die drei Zylinder, unten drunter mit den Drosselklappen, der Ventildeckel. Das hier ist für die Abgasreinigung, 1, 2 für das Sekundärluftsystem, gehört dann hier auch zur Abgasreinigung. Das im Kaltlauf die Abgaswerte stimmen, hier und hier das SLS, die Verschlussstopfen bzw. der Zugang zur Motoroberseite. Ventildeckel mit seinen Verschraubungen, da kommt man sogar relativ gut dran. 1, 2, 3 Zylinder, hier diese Spulen, da wenn wir jetzt auch noch dran müssen, dann muss das halt alles weg, dass wir den Ventildeckel losbekommen, nach oben hinweg. Wie genau wir das jetzt bewerkstelligen werden, das werden wir jetzt nach und nach rausfinden und dann geht es im Prinzip erstmal weiter mit Zündkerzen wechseln. Für die Zündkerzen, ich würde empfehlen hier die Schläuche vom SLS abzumachen, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz, schönere Übersicht, dazu ist hier eine, zwei Klemme und wenn die ab sind, kann man das Ganze hier rausziehen, nach hinten. Lösen wir die Klemme, nach hinten weggezogen, lösen die zweite Klemme, nach hinten weggezogen, wackeln mal am Schlauchsystem, dann kommt das hier zum Vorschein. Ich würde hier das Ganze ausklipsen, dann ist das Stück schon mal weg, das liegt euch dann nicht im Weg. Alles was ihr halt ausbaut, müsst ihr hinterher auch wieder einbauen, ist schon klar, aber so viel Zeit würde ich investieren. Das hier sieht aus wie der Blinker, brauchen wir jetzt eher nicht. Dann ziehen wir hier die Stecke von den Zündspulen ab. 1, 2, 3 1, 2, 3 Und jetzt werden die Zündspulen nach oben hin rausgezogen. Ich nehme jetzt mal die hier, weil die relativ gut zugänglich liegt. Ich gehe ganz gern hin und unterhebele die so ein bisschen, das gibt so einen kleinen Plop. Dann kann man die hier relativ gut nach oben hin rausziehen, so sehen die aus. Da ist hier noch diese Dichtung dabei, dass die Schächte nicht mit Wasser volllaufen, wenn es nass wird oder gereinigt wird. Das machen wir jetzt bei allen dreien. Die Seite ist ein bisschen eng, da hinten ist so ein Bügel. Da kann man aber relativ gut noch drum herum arbeiten. Jetzt geht es hier in die linke Seite. Da ist noch das Kabel im Weg, das schieben wir hinten dran. Da sind so ein paar Clips, da muss man ein bisschen drum herum arbeiten. Ich würde sagen, der Triumph-Händler würde diese Clips wahrscheinlich wegschrauben. Wenn ich die wegschraube, verbraucht man halt unendlich viel Zeit. Deswegen kann man die Verkleidung auch einen Tacken ändern, so wie ich das mache. Dann kann man die hier auch ohne Probleme rausholen. Dann guckt man sich zum einen hier die Stecker an, ob die alle in Ordnung sind, die Dichtungen an, ob die in Ordnung sind. Und das hier sind auch wohl drei verschiedene Zündkerzen. Also da ist schon mal wohl eine ersetzt worden. Und man guckt mal da unten rein, wie die hier so aussehen und ob da Öl ist. Dann braucht ihr einen Zündkerzenschlüssel. Das ist im Prinzip hier so eine Nuss mit so einem Gummi drin und einem beweglichen Arm. Den kann man dann hier rein jonglieren. Das würde ich immer auch erst noch mit Druckluft aussprühen. Also das sind die Zündkerzenschächte. Dann wird das da so rein, bis man das Gefühl hat, okay, es sitzt. Man braucht natürlich die passende Größe, die verrate ich euch dann gleich noch. Ich habe mir die Arme abgesägt, aus dem einfachen Grund, es gibt manche Stellen, da kommt man so relativ schlecht dran. Man kann dann immer hier mit so einer Kombizange oder Rohrzange oder was auch immer den Griff verlängern und das Ganze losmachen. Und dann sitzt die Zündkerze am Ende so da drin. Durch das Gummipuppe wird die oben drin gehalten. So sieht das Gummipuppe aus, das ist hier drin. Das schieben wir da auch wieder in den Zündkerzenschlüssel hinein. Damit beim Einbringen die Zündkerze da gehalten wird. Die ersetzen wir jetzt einfach. Die hat schon 20.000 km auf der Uhr. Die geht wahrscheinlich noch. Man kann da auch noch mal das Spiel messen. Ich entsorge die einfach und setze nur neue rein. Jetzt bauen wir die anderen zwei noch aus. Und dann geht es weiter mit dem Ventildeckel. Achso, zu größer. Ich wollte euch ja nicht belügen. Schlüsselweite 16 ist das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das gibt es auch als Halbzoll Werkzeug. Aber ich finde halt, mit halb Zoll kommt man manchmal nicht ganz so gut dran. Vor allem, wenn das so etwas fester ist. Da hat man hier einfach doch ein bisschen mehr Spielraum, finde ich. Jetzt seht ihr auch, warum ich hier die Arme so abgeschnitten habe. Weil der Spielraum hier einfach mega eng ist. So, Nummer 2 geborgen. Und dann begeben wir uns auf die Suche hier nach Nummer 3. So, da rein. Die sind halt auch durch die Hitzeentwicklung und so, sind die halt manchmal auch ziemlich fest. Dann ist da sowieso wenig Platz drin. Dann dreht sich das am Anfang auch schlecht. Wer weiß, wie lange die da schon drin sind. Wenn man mal die ersten 1-2 Gewindegänge durch hat, wird es auch besser. Auch in diese Schächte darf euch nichts hineinfallen. Denn da seid ihr auch direkt im Brennraum. Das wäre sehr ungünstig für euren Motor. Immer wieder mal den Schlüssel nach unten drücken. Dass die Zündkerze auch richtig in dem Gummi sitzt und auch richtig in dem Schlüssel sitzt. So, Nummer 3. Das gleiche Spiel wie beim Lufthilder. Zündkerze. Ich mache mal so. Zündkerze alt. Und Zündkerze neu. Dann fällt gleich noch was auf. So rum. Entschuldigung. Dieses Stück da oben muss noch ab. Und hier unten sollte man die Zündkerze nicht unbedingt anfassen. Das hier sind CR9EK Zündkerzen. Gucken, ob wir das scharf kriegen hier. Und das sind CR9EIX mit Iridium. Iridium, ja oder nein, das ist eine Glaubensfrage. Also Zündkerzen mit Iridium sollen länger halten. Sollen besser zünden. Besseren Verbrauch und so weiter. Also ich benutze eigentlich nur Iridium. Habe gute Erfahrungen. Konnte nichts Negatives feststellen. Und der Preis ist jetzt mit 3, 4, 5 Euro pro Stück bei einem Dreizylinder nicht so gravierend. So, liebe Leute. Wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft. Ihr wisst es. Part 1 ist rum. Ventilspiel kontrolliert. Die Kiste ist auseinandergebaut. Jetzt gilt es im Prinzip, das Ganze auch wieder zusammenzubauen. Wir fangen an mit Ventildeckel drauf, Zündkerzen rein, Airbox drauf, den Luftfilter wieder rein, den Tank wieder drauf, die ganze Kabelage wieder drauf. Und dann sind wir auch hoffentlich fertig. Ah, Batterie rein natürlich und dann natürlich Probel aufmachen. In diesem Sinne, ihr kommt gleich hier ein bisschen näher. Und dann seht ihr von mir Stück für Stück, natürlich zu jedem Part einzeln, die Abschnitte zusammenbauen, nicht zusammenbauen und so weiter. Eine neue Dichtung, also Ersatzteile habe ich auch besorgt. Und in diesem Sinne fangen wir gleich an. Die alten und die neuen Zündkerzen habe ich euch schon gezeigt. Ihr müsst jetzt im Prinzip mit den neuen Zündkerzen nur noch hingehen. Bei den neuen Zündkerzen hier oben diesen Nupsi abdrehen. Den nimmt man sich am besten mit einem Zängelchen, dreht die Zündkerze, die sind nur handfest und dann ist das Gewinde frei. Das, was ihr da abschraubt, kann in den Müll. Dann gehört die Zündkerze mit dem Gewinde natürlich nach unten rein. Das andere Ende kommt oben ganz leicht in den Zündkerzenstecker. Wird hier in einen Schacht hinabgelassen und dann mit Gefühl erstmal ins Gewinde geschraubt, dass ihr euch das Gewinde nicht kaputt macht. Und wenn es fest ist, noch eine Viertelumdrehung. Also ihr seht es jetzt gleich, jetzt ist fest und jetzt noch eine Viertelumdrehung und dann passt das schon. So. Und dann werdet ihr merken, das geht mit der Hand nicht weiter. Ein beherzten Ruck. Guckt da rein. Jetzt fehlt natürlich hier das Gummi. Das heißt, das Gummi muss ich von der Zündkerze natürlich auch runterkriegen. Bevor ihr Zündkerzen einbaut, geht mit Druckluft hin, sprüht die Zündkerzenschächte nochmal aus. Nicht, dass da irgendein Schmodder drin hängt, den ihr dann nachher nicht drin haben wollt. Wieder raus gucken. Alles klar, Gummi ist da. Zündspule nehmen. Da reinstecken. Und darin versenken, bis auch der Stecker nach vorne zeigt und das Gummi komplett drin ist. Das geht unter Umständen ein wenig schwer. Dann muss man irgendetwas nehmen. Zack, zack. Das rastet so ein, wie wenn ihr eine Schraube in ein Gewinde drücken würdet mit der Hand. Das Ganze machen wir natürlich jetzt mal drei. Und ihr seht wieder, warum Rotti sich die Ärmchen da mal abgeflext hat. So, die dritte im Bunde, da rein versenkt. Gummimutter, Puppe ist noch da. Zündkerzen nehmen. Zündkerzen noch ein. Zündkerzen, Zündspulen, Zündstecker. Da rein. Ich nehme mir immer hier eine kleine bis mittlere Rohrzange. Und drücke da drauf. Das hat sich irgendwie etabliert. So, dann kommen hier die drei Zündstecker wieder drauf. Eins, zwei und drei. Der dritte kommt natürlich unter die Gaszüge. So, die Blinker gehören hier lang. Die bauen wir jetzt gleich wieder an. Zum SLS-Einbau gehört diese Pumpe wiederum in der Antisenstecker. Die gehört hier vorne in dieses kleine enge Quadrat. Die saß da einfach irgendwo auf. Und die zwei gehören natürlich hier drauf. Und dann gehört auch da die Halteklammer wieder oben drüber. Das Ganze gehört hier in diese Ecke hinein. Das wird sich gleich wieder zurechtschieben. Immer schön noch an die Blinkerkabel denken. Blinker links und hier ist irgendwo Blinker rechts. Da unten. Das da. Dass die Käbelchen nicht abgerissen werden oder verloren gehen. Blinker links ist logischerweise weiter links. Blinker rechts ist logischerweise weiter rechts. Und dann werden wir jetzt erst die Seitenteile montieren. Ehe es dann. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Kleiner Service an der Triumph Street Triple R Baujahr 2009 zu machen. Ihr habt Batterie-Ein- und Ausbau gemacht. Seht ihr hier. Ihr habt die Airbox, also den Tank abgebaut logischerweise. Ihr habt die Airbox abgebaut. Ihr habt den Luftfilter gewechselt. Ihr habt die Zündkerzen ausgebaut. Ihr habt das SLS in der Hand gehabt. Ihr habt die Airbox komplett abgebaut. Nicht nur geöffnet. Auch die Trichter raus. Ihr habt Reinigungsarbeiten gemacht. Ihr habt Zündkerzen gewechselt. Und Ventilspiel kontrolliert. Ich habe jetzt im Groben und Ganzen mit Video machen gemütlich und so weiter vier bis fünf Stunden gebraucht. Also Videokamera umstellen, Päuschen und so weiter. Was gibt es großartig zu sagen? Die Triumph ist ziemlich eng. Es gibt so ein paar Besonderheiten, die man kennen könnte oder auch nicht. Gesehen habt ihr es hier. So hundertprozentig perfekt gelaufen ist es jetzt auch nicht. Das macht aber auch gar nichts. Das ist natürlich so wie aus dem richtigen Leben. Ansonsten, ich würde euch bitten, die Artikel unten über Amazon, über meine Links zu bestellen. Dann gibt es weiter solche Videos. Ansonsten, Kommentare sind natürlich gern gesehen. Auch hier unten in der Videobeschreibung bzw. unten in der Kommentarfunktion von YouTube. Und ansonsten wird es hier noch das eine oder andere weitere geben. Also ich habe mal noch vor, die Gabel zu machen und das Heck abzubauen. Ölwechsel wird kommen und Bremsplüssigkeitwechsel steht natürlich auch noch an. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Testfahrt, einmal um den Block. Dann hoffe ich, dass euer Motorrad in Zukunft wieder schön durchzündet und ordentlich gewartet ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und immer daran denken, das ist natürlich eine Videoreihe. In diesem Sinne, Daumen nach oben, Kommentar rein und bis zum nächsten Mal.